Echt, keine Ahnung, ich will einfach, dass jetzt passiert, mann. Ich will C2 haben und ich will, dass es wieder eine nationale Liga gibt, wo wir mitspielen können. So wieder rasieren. Gebt mir jetzt ein Spiel, ich möchte spielen. Oh, ne, ja. Unseren Stockholm-Server immer noch online. Da spielt noch einer. Da spielt noch einer. Ja, also fast, fast, fast. Wirklich, ein dummen Wichser geht raus aus dem Server. Dann soll ich noch ein Brot schmieren oder irgendwas? Ja, eine Bämme. Nee. Oh mein Gott. Was willst du draufhaben? Alles. Nuggets. Nuggets. 20er Nuggets. 20er Nuggets. 20er Nuggets. 20er Nuggets mit nochmal 20er Nuggets. Wer soll ich sie dir bestellen? Du, Lennart, wenn du dir Mix bestellen willst, ne? Ich halte dich nicht davon ab. Das liegt in deiner Verantwortung. Go for it. I go for it. Jetzt, jetzt, jetzt. Ich werde sie genießen. Ich werde sie genießen. Aber du wirst, du wirst so ein schlechtes Gewissen haben. Nein, nein, nein. Ich werde vor allem wieder mitten in der Nacht aufwachen, weil ich so dermaßen scheißen muss. Wie jedes Mal, wenn ich mir ein 20er reingedrückt habe. Drück dir einfach zwei 20er rein, da lohnt sich's wenigstens. Stell dir mal vor, du sitzt da jetzt im Reporter und du bist derjenige, der auf diesen Knopf drückt. Der hat einen gelben Schein eingereicht. Die Stimmung würde ich gerne mal miterleben. Das ist schon crazy. Wir müssen alle so todes angespannt sein. Wir hocken im Starbucks und lachen sich dann ab. Dann lass jetzt hier das CSS spielen. Oh ja. Das ist ne Runde Valorant. Niemals im Leben. Noch mal kurz, um zu wissen, wie es war. Protest gegen Z... bis es kommt. Boah. Stockholm ist auch down, endlich. Endlich. Wir sind alle Sörer dran. Gabe reibt sich schon die Hände, weil er genau weiß, die nächste Milliarde kommt. Ich bin jetzt pinkeln. Wenn's jetzt kommt, dann brechen wir alles aus. Nein, geh mal ein Minus auf den Patienten pinkeln. Sagst du was Neues? Nö. Hey Bro. Patrick kommt auch rein. Komplett falsch. Hallo. Hallo. Patrick. Patrick, du bist genau richtig gekommen. Es kommt in... Jo, AlphaTauri angeht. Ich bin so krass. Armin, wie lange kannst du heute wach bleiben? Keine Ahnung. 2 Uhr. Was ist denn 2 Uhr? 2 Uhr? 2 Uhr. Wir haben eigentlich gesagt, wir machen 24 Stunden. Könnt auch legit einfach 24 Stunden wach bleiben, aber niemals im Leben. Also könntest du es nicht. Also halt nicht dann. Armin, das geht an dich. 1.6 war eh geiler als alles. Die ganzen CSGO-Docs, die jetzt talken. Peinlich. Das ist Marv, oder? Wer bist du? 1.6. Vor 40 Jahren, der spielt auch noch Trackmania Nations Forever. So ein Typ ist das. Armin, du musst doch nicht so personal leben. Ich dachte, du sagst einfach, okay, Arschloch. Aber du musst ja komplett personal. In CSGO kann man noch Armsway spielen. Ja, dann hast du Armsway spielen. Ja, besser als hier rumzocken, oder? Ja. Oder kann man Deathmatch spielen hier? Ne. 2 Minuten. 2 Minuten. Ja, ich geh jetzt nochmal Armsway spielen. Noch ein letztes Mal CSGO. Armsway ist auch ein schöner Modus. Der macht Bock an. Ich geh jetzt in CSGO rein und spiel Armsway. Guck mal, ob da überhaupt noch irgendwas geht. Ich wollt grad sagen. Es geht in 2 Minuten los. Das ist das letzte Mal, dass ich dieses Spiel starte. In meinem ganzen Leben. Armin, das ist... Wir haben die Server geupdatet. Vor 3 Stunden auch schon. Ja und? Ja. Armin, du bist wirklich komisch. Du bist so die Lulu. Matchmaking unavailable. Lügner-Sau. 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 Gar nichts ist in Armsway. Geh nicht. Dann mach noch ein letztes Mal diesen Parcours. Diesen Side-Parcours. Der ist offline. Wie war das hier? Training-Kurs. Ready to beginn training. Ich bin so ready. Ich hoffe, den gibts in CS2 auch nochmal. Ich hoffe nicht. Jetzt nochmal einen Workshop hier. Wie heißt es nochmal? Ja, jetzt Aim-Bots. Ne, nicht Aim-Bots. Startet sofort den Weapon-Course. Wir machen Speedrun. Wir haben das schnellste. Schade. Das hab ich früher gemacht. Weiß nicht mal, was das ist. Welches? Ich bin ein bisschen so schlecht. Der Weapon-Course. Am Ende gibt's einen Speedrun. Ich glaub ich hatte 22 Sekunden. Armin, nicht wie lange du brauchst, bis du kommst, sondern... Ist das Workshop? Ja, sind wir schneller. Im Hauptmenü. Als Spiel. Armin, Schlechtsverkehr ist kein Speed, ja? Auf keinen Fall, wie du es eigentlich gehst. Das war kein Marathon. Ja, was muss ich machen? Auf die Zielscheibe schießen. Alter, passiert nichts. 20,9 hab ich. Ich glaub ich hab's geschafft. Boah, Fizz Go fühlt sich so viel besser als Fizz. Nein, Mann. Armin. Wenn du das erste Mal dieses Games startest, wirst du 20 Minuten nicht mehr shutten, wie schlecht alles ist. Obwohl es wahrscheinlich nicht mehr schlecht ist, aber du wirst es trotzdem sagen. Nein, man wird den ersten Headshot kassieren und nur Twitter kreuen, weil ich... Beim ersten Headshot... Ich hab drei getroffen, ich bin krass. Beim ersten Headshot... Du sollst, glaub ich, nur die Terroristen treffen, oder? Ich hab nicht so gehört, was er gesagt hat. Ich muss das Tutorial nochmal machen, weil ich verkackt hab. Schieß doch auf deine Mates. Das muss einfach alles... Okay, ich hab's, ich hab's. Oh mein Gott. Zum Glück mach ich's nochmal, dein Training ist was. Er macht das Tutorial vom Tutorial und verkackt. Ja? Mann, was muss ich hier machen? Mann, der labert mich hier voll. Ich will den Speedphone machen. Ich bin CT. Mann, ich weiß doch, wie man schießt. Ich hab 14k Stunden. Hallo. Was muss ich hier machen? Acht Shots failed. Das war's? Ich geh jetzt bei Nets. Mann, also wirklich, das ist so... Ein schlechtes Tutorial. Junge, er flasht rein! Nein! Nur Geld! Da kommt ne Popflash. Das hat's noch geschafft, Idiot. Boah. Dann hat die Fuse. Ich bin noch da, ich bin da. Oh mein Gott, Ninja. Die Impressionen waren nicht mal alleine. Was macht ihr da? Bitte. Was machst du drin da? Next. Aber jetzt ist der Speedrun dran, ne? Jetzt ist der Speedrun, ja. Okay, komm mal. Dankeschön, Vincent, Alter. Für die 10er Subbombe. Vielen, vielen Dank. Armin, hast du noch... Das geht noch nicht los. Du hast da gleich eine Linie, glaube ich. Hier? Weißt du? Das hörst du? Boah, ich hab das mal ne Zeit lang wirklich gemacht, ne? Also ich hatte... Du hast Link Nets. Du musst so ne Muni nehmen. Links Muni nehmen. Hey, warum... Sieht denn eigentlich die Bombe bei mir aus wie ein Geschenk? Oder Winter, Winter Update oder was? Ja. Oh. Das war so. Fand egal. Hier kommt mal ein Bang. Aber ich bin's. So, hier Shortcut kenne ich noch. Ja, dann hier ne Rechts-Click-Nate. Die weglasern. Und da konntest du hier so durch das Holz schon bangen. 160 CS größer sind wir auch noch. Ich hab nie gemacht, was du machen hast. Ich verstehe, was du machen hast. Oh, leil. Huch, hu, hu, hu. Was kommt jetzt zum Ding? Wer ist wieder Brink? Ben! 31,4 Arme, nur zu. Ungeländer, ich hab 29... Ich hab 20,9. So, was... Was für 20,9? Ding mit nicht. Mehr warst du 20,9? Ich hab das vor Jahren mal gemacht. Und das geht dann noch. Boah, weg. Pensive Fast Aiming Star. Boah, er geht nicht down. Oh, da ist noch einer. Nein! Durchschuss! Soll ich den Break wieder? Hallo, was? Ach, toll. Wir sind hier wieder, alter. Immer noch. Ich hab nen Screenshot gehabt von Ingame. Und früher konnte man Spraise Ingame machen, wie man will. Anscheinend hab ich irgendwas mal gescreenshottet. Ab mich selbst für B. Das... Das ist dann so wie in CSS und so auf der Community-Servern-Army, ja? Ja, genau so. Ich hab noch die Red Bull Flick-Map hier von 21. Und hier war der Trick, irgendwie direkt hier draufsteigen? Ja, ja. Oh, der ist clean. La 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 la. Scheiße, ich hab nur laut. Ah, es ist 22.07, Freunde. 153. Oh, der war rocksolid. Aber niemals hast du so 20,9, du shitbot. Ich hab nur 26,0. Es geht nicht rein in den. Ey! Ah, okay. Aber hier war doch richtig. Hier rein leiden, ne? Und dann willst du eigentlich mit ner 5.7 hier so einen Vollspund alle drei weglatten. Wobei, macht es nicht vielleicht Sinn, rechts reinzunehmen, weil das drei Personen sind und lieber die zwei umzuschießen? Weiß nicht. So schießt ungefähr. Geht nicht, ja. Ach so, ja. Okay. Also unter 25 muss er sein. Muss er drin sein. Oh, das war doch schon wieder shit, Armin. Auch Armin. 145 sind wir noch. Ich glaube, ich muss in Trapik. Und dann... Ich bin weggebrannt. Und dann... ich bin weggebrannt. Der blockierst dich ja selber mal weiterlaufen erstmal. das ist so an jungen zeitgleich wie das ist meine sub 26 haben niemals hast du die zwanziger er folgt sich auf kabel ist ohne ich bin's die ludos freuen sich auf kabel 25 3 haben ich hab dich gleich und das habe ich was denn ich will das sind nicht einfach auch mal hier fallen es geht nichts rein in die pop aufsteller ich mach jetzt diese neue kategorie ein counter strike einfach nur ich glaube du verlierst derzeit 24 8 wenn du da im sitzen sprays kann das sein du wickst dir dann viel langsamer vorwärts ich komme für die pb für den lecker und bitte das ist es 24 7 was hat man sich auch besserlich macht man hier vielleicht für vollständig das war doch geht nicht was du kannst hier rein rennen das ist einfach ich glaube ich habe die wir erst halt mal gesehen das war mit einer netz hier ein das ist halt hierdurch dann hat er hier durch vorher geloadet und laserte hierdurch lag alle weg muss den letzten nur einmal auch so an tippen und durchspinnen ach man kann man nicht die drei rechts weg melden und die anderen nehmen kann man aber dann dauern aber du blockst dich halt mit der nade dann weiterlaufen dann kriegst du tagging auf der tatsache vielleicht über dahinter werfen halt der schreibt den ersten raum mit einer nade von außen also vielleicht kannst du die von außen durchs fenster werfen hier oben oder so dann also den wm der ich hat das nicht gemacht das wäre ja wild aber du musst auch wissen wie zumindest dein laufweg war und sagen können ob das die richtige strad ist der weiß nicht mal was der heutige frühstück hat das ist vor sieben jahren her da weiß echt nicht das ist ein google bilder screenshot da haben ja 17,9 bekunden haben naded im zweiten raum drei weg was heißt das also diese drei da rechts ja wahrscheinlich oder was sag ich da links sind ja nur zwei ich bin doch ein meister in diesem spiel zweiten raum aber das ist ja der erste raum ich weiß nicht dieser outside raum oder was das ist doch quatsch die sind voll weit auseinander letzter tweet von cs account zwei stunden her die sitzen einfach da und gucken sich an wie es brennt naja die haben wahrscheinlich gerade bei denen brennt es wahrscheinlich in einem office ja auch das was wahrscheinlich gerade jeder macht was er kann hoffe so wie ich welf kenne naja nekdieb song was für ein song nekdieb aber die frage ist wann läuft die zeit ländern da ging das jetzt durch du musst dann du musst die startzeiten wenn ich hier rüber gehe wie soll ich denn noch eine granate nehmen ja ja dann wirf doch jetzt noch eine rein und nimm dann noch eine und dann gehst du durch mal die inzwischen nicht aus tropfen ist das die ne 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 das geht nicht ne ne das geht nicht ne ne das geht nicht vom timing das sind die welche so pixel perfekt maximalen gaps ok let's go is kill also dass armin mir nicht sagen kann wie er das gemacht hat ja armin das sind acht jahre ja aber armin du musst doch wissen wie du gelaufen hast hä aber guck mal jetzt waren hier zwei tot weil du die nate verkackt hast ach mann jeder erzählt was anderes im chat einig euch max hat wer video geschickt ich guck rein was er für ne lecherliche shit macht jo er hat nen fixpunkt ist das schlecht was für ist das schlecht das ganze spiel besteht aus fixpunkt nates jo ja das ist schwarzen was er hier macht boah ich geh nochmal kurz alter ist das ein gelackter scheiß schreib mal whatsapp wenns kommt ich bin nochmal kurz weg ja komm ey der kann auch Lottoschein ausfüllen 17 9 so n quatsch bony hopp mach ich nicht so mach ich nicht so ne mach ich nicht also den fixpunkt kannst du gerne machen ey ja 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 wie weiter rechts oben ja ich bin clean agender das ist wie kacky 300 mit line up machen wahrscheinlich hat armin's so gemacht ach armin so hat er sich gemacht deswegen will das halt ich sagen jede wunde in ancient am spawn und lines deine mittelsmoke ab und sagst du bist ein cleaner gamer mach sie mal freihand du halt sie wie ich immer weiss mal der seinen line up hat dieser hund geh nicht da rein da doch noch weiter rechts gehen aber ich fang jetzt nicht an wenn sie spiel in ner stunde gelöscht wird an für nen fucking trainingskurs irgendwelche scheiß liner aufs will ich auch nicht weg hier dann geht nochmal mit nem late ticket rein und holt sich den dr ich machs mit wahrscheinlich hast er mit host timescale gespielt bei armin ja mit sicherheit er macht nur riolo armin 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 was sagst du diesen cheating allegations hier armin einfach deutscher riolo ich höre nichts weil dieses dreck spiel gleich down geht was hat das eingelassen also auf 20 ebene hat das keinen sinn gemacht mach jetzt wie armin seine zeit geholtert host time scale 0,2 oh die zeit bleibt aber gleich du bist immer auch gleich langsam glaube ich nicht hä nein er zählt auch langsam wie du bist gleich langsam armin what talking du bist die gleiche zeit gleich gegen armin what talking geht nicht rein hier warte doch ich werde gleich so ein screenshot posten ne du hast keine ahme this goes killer hier looks einfach wälte einfach reinwitz das ist mein tutorial das du schon spielst wo ist dieser letzte hund komm komm armin jetzt pass auf armin guck hin wirft die granate armin guck hin drei minuten oder so ich schaue wie die die pre-nates bekommen die haben keine ahnung die wissen noch nicht der erste war clean im kopf war wirklich ne ja ich glaub schon oh das wird so eine pb armin weißt du was wunderschön wäre wenn die zeit beim timer einfach in echtzeit weiterläuft und du jetzt vielleicht mit zwei minuten da durch gehst einfach noch die inner curiosity irgendwie remove oder so ich bin so lahm und ich bin nur drauf es gibt nichts rein armin aber der 400 spieler hey tricks game was hat die zeit passiert da armin ist pb ist trotzdem pb komm komm push komm push das ist der sub 25 das ist keine pb mach bunny hopp mach bunny hopp mach bunny hopp leider dein arsch wie ist das pb da war so viel verkackt 33 sekunden oh gott ich werde nur merken wo die gegner sind ey Kevin machst du das gerade real talk zum aller aller ersten mal hab das eben auch das erste mal gemacht also ich hab doch es sei dass ich das vielleicht schon mal gemacht habe aber es muss ewig her sein also das ding ist ich hab das erst irgendwann mal gemacht als so ein bisschen das so rum ging dass man das so speedrun mäßig dieses ende weil ich glaub das tutorial war als ich mit GO angefangen habe nicht im game also nicht in der form 27 3 glaub ich aber keine ahnung bestimmt nicht rein hier 4 zu 3 vom labd holt die Waffe raus kann ich resetten den arsch scheiße scheißer naja ich hab nicht die kacke wir haben die nade wofür bräuchten die nade für wen nimmst du die nade für die zwei in dem holzkasten auf der linken seite hinten oder was die weiter hinten sind ja das war schon wieder lächerlich mit der hitrack ja so jetzt aber die durch die wand lacken ich glaube ich hab noch ordentlich Bullets jetzt um nein kopf geschossen oh mein Gott nein komm gooo und bitte kommentet da irgendwas und jetzt auf und jetzt auf hat er keine nade warum hatte ich jetzt keine nade alter da hast du einen aufgesammelt am anfang nein das ging es rein schmidt warum geht die nicht rein warum bin ich so schlecht eigentlich oh mein Gott das ist es lauf Lennart lauf jetzt Fanny hopp jetzt Fanny lauf jetzt Fanny lauf ab hier ist Fanny hopp Fanny hoppen einfach nein ich mach das jetzt ich mach das jetzt mit der Cheetah thread schneide jetzt schneide was hast du Lennart 22,6 ja gut keine Chance seit ich bin 25 was bin ich 25,2 ja da musst du noch ein bisschen weiter aber Lennart spielts auch echt gut halt aber willst du es langsam sprechen dass es in den originalen schon nicht normal klingt Zeit Zeit für einen Speed Run Let's Go Bumm 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 Oh mein Gott bin ich heute drauf Alter die drei brauche ich im First Hit das war krass vielleicht lacke ich ja mal hier beim Spray ich glaube das wird kein schlechter Run was wer Qué Bumm what Bumm 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 Ich glaube, das wird ein schlechter Run. Ja! Okay. Aua, die Bunnyhops. Also da müssen wir nochmal ran. Bunnyhop hat die Fullslautung. Was war das jetzt für eine Zeit? 25-2 habe ich sogar clean besser gemacht. Wo habe ich denn so viel Zeit verloren? Bei Bunnyhop. Leider, Bunnyhop war ziemlich trash, ja. Zeit für einen Speedrun. Let's go. Boom. 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 Oh mein Gott, bin ich heute drauf, Alter. Die drei brauche ich in 40. Das war krass. Vielleicht nackle ich ja mal hier beim Spray. Ich glaube, das wird ein schlechter Run. Ja! Halt ab. Das Ende war krass. Das Ende war krass. Was war das, ey? Wir haben halt das Lock-to-Stretch weg, aber dann ist der Sound halt so ein bisschen fucked. Aber dann ist die Stimme halt wenigstens original. Zeit für einen Speedrun. Let's go. Boom. 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 Oh mein Gott. Sieht aber fast clean aus, oder? Sieht aber fast clean aus, oder? Die drei brauche ich in First Hit. Das war krass. Die leicht nackle ich ja mal hier beim Spray. Hooray. Ich glaube, das wird kein schlechter Run. Boah, der Bunnyhop, ey. Jaaaa. Okay. Jaaaa. Also das sieht ja mit 0,50 fast noch legit aus. Das sieht aus wie ein Low Mauser. Aber du redest halt ein bisschen zu langsam, glaube ich. Ja, ich habe zu langsam geredet. Ich würde aber hier gerne einmal den Fixpunkt wissen. Der nade ist hier links über das Fenster. Hat er mal geschickt hier alles? Ne, die muss hier wieder rechts. Ne, die kam doch hier oben, oder? Warte, ich mach nochmal einen. Ich lass den Bunnyhop aber am Ende weg. Ich glaube, das Slow-Mo ist sehr ekelhaft. Aber ich muss ein bisschen schneller reden. Gerade war zu langsam, ne? Ich probier's nochmal. Okay, es ist Zeit für einen Speedrun. Auf geht's. Mist, ich hab die Granate schon verkackt. Dann muss ich jetzt aber ordentlich Zeit draufholen. Ich versuch's vielleicht mal mit einem kleinen Double-Time. Ich lade meinen Ballermann und baller dann auf alle Mannen. Deine Mannen, Motherfucker. Bänge deine Mama, deine Kanada. Gemanne in der Garnemarm ist weg. Oh. Das war ja Quadrupel-Time. Na, dann geht jetzt bestimmt Böse hinein in diese Gegner. Hier müsste ich... Oh nein, ich habe keine Munition mehr. Das war glücklich. Es könnte dennoch eine gute Zeit werden. Ab hier werde ich rüberhüpfen. Jaaaa! Okay, ich zieh's mal rein. Okay, es ist Zeit für einen Speedrun. Auf geht's. Mist, ich hab die Granate schon verkackt. Dann muss ich jetzt aber ordentlich Zeit draufholen. Ich versuch's vielleicht mal mit einem kleinen Double-Time. Ich lade meinen Ballermann und baller dann auf alle Mannen. Oh, das war ja Quadrupel-Time. Na, dann geht jetzt bestimmt Böse hinein in diese Gegner. Hier müsste ich... Oh nein, ich habe keine Munition mehr. Das war glücklich. Es könnte dennoch eine gute Zeit werden. Ab hier werde ich rüberhüpfen. Jaaaa! Wenn ihr jetzt zurück überlegt, was ist so euer geilstes CS-Event, also CS-Go-Event, auf dem ihr jemals wart? Ich war noch nie auf einem. IEM 2018. Oder ESL. ESL war 2019, er guess? Alter, ist das cringe, schweb da einer. Ne, ne doch, 2019 wahrscheinlich. Ja, du musst also... Wenn die Tür nicht offen ist, dann sind da keine... Keine... Hä? Die Gegner kommen erst, wenn du da durchläufst. Alles ist unload. Ab wann läuft denn der Timer? Ich gehe nichts an. Ab hier. Wenn du über die Ehe gehst, oder? Aber mein Fixpunkt ist falsch, scheinbar. Oh nein! Ey, ich wettere, die kommen echt irgendwie erst um 1 Uhr nachts oder so. Ab Minecraft. Wie das jetzt hier geht, ja. Die werden halt nachts um 2 oder so kommen, ja. So wie mehr oder mehr, jedes CS Update. Nein, nein, das kommt jetzt gleich. Also Leonard, wenn wir so lange streamen, dann brauche ich aber echt nochmal irgendwie... Wir haben jetzt schon... Wann ziehen mein Reden! Wir brauchen echt einen... Wär für Sushi! Leonard, ich glaube, dein TS ist wieder delayed. Oh! Best? Hallo? Oh! Ja, aber wie hat der denn alle drei weggenaded damit? Mit Skill? Vielleicht waren damals die Nades besser. Welcher... Welcher nadelt der denn eigentlich? Ach, der nadelt ganz am Anfang die drei im ersten Raum weg? Der nimmt zwei Granaten mit der Drecksack. Ja. Und ich stehe richtig. Er steht hier vor und aimt... Da! Oh, fuck! Ok, deswegen ging's gerade nicht. Du musst warten bis die Granate aus der Hand fliegt. Also Max called, dass Nades genervt wurden. Das könne ja überhaupt sein. Und jetzt hab ich gar keinen Namen bekommen. Und es geht wieder los, und es geht wieder los. Und es geht wieder los, und es geht wieder los. Guck mal, was seh ich hier? An, 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 an! Ich seh hier Sachen! Was passiert? An? 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 G'day Release Notes. Lüge! Wenn CSGO in den Tal ist weg! Wenn es ging... Wenn es ging... CSGO is now in place with CS2. Ja. Ah, hier, Counter-Strike 2 ist so... Ja, das Inmetall ist schon Counter-Strike 2. Oh, bei Steam, oder was? Ja, ja. Bei mir steht gerade... Geil, geil, geil! Passiert! Was? Wenn ich in meiner Library gehe, dann steht da bei CSGO jetzt Achievements 0 von 1. Ja, das ist Counter-Strike 2. Ja, ja, ja. Wits. Fuck off, CSGO. Wenn du spielen drückst, startet nur CS2. Oh mein Gott. Du hast keine Option mehr. Das zeig ich jetzt. Oh, also müsste CSGO-Tschüss sagen. Es passiert, jetzt passiert. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Tatsache! Ich starte gerade CS2. Ja, es ist nur noch Counter-Strike 2. Es ist gerade vor meinem Auge geslischt. Bis CSGO. Ja. Ich drück Play. It's happening, it's happening. Unavailable Inventories, Counter-Strike 2. Oh mein Gott. Ja, ja. Wir sind da. Einfach GO wurde einfach gelöscht. Also Network ist noch down. Aber du startet ein Counter-Strike 2. Go wurde einfach gelöscht. Ich hau's direkt wie so'n Hund auf Twitter raus. Auslevin in den Chat. Go ist tot. Go ist dead. Armin, du tanzt seit 5 Stunden auf dem Grab von CSGO. Jetzt weinst du. Alle starten. Du siehst nur. Ich seh nur. Alle panic starten. Alle starten. Aber alle starten noch Glow Offensive. Nee, bei mir steht alle starten Counter-Strike 2. Oh stimmt. CSGO ist weg. Oh mein Gott. Ich bin traurig jetzt. Ich bin traurig jetzt. Ich hab grad zum letzten Mal in meiner Spielaufnahme Counter-Strike Global Offensive weggedrückt. Und jetzt heißt es C2. Das ist einfach blurry. Bei mir auch. Ach man. Du musst einmal Play drücken und dann zurück. Ach. Armin, du retter. Da haben Leute. 45 K. Elo. Ja, ach. Das ist ja der Alte. Achso, okay. Du hast ja noch kein Abteil. Ja. Ja, aber so weh. Ich bin unranked. Ich bin unranked. Bin ich auch weg? Ich hab keinen Rang. Ich hab keinen Rang. Ich hab keinen Rang. Alleshin ist weg. Tweet, 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 Tweet. Alles ist weg. Tweet, 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 Tweet! Tweet? Na, nicht toll. Tweet, 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 Tweet. Doch, doch, es war Tweet. Da ist er, da ist er! Shut it, shut it, shut it, Amin! Ein, das ist ein Ohr? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt, der nächste Chapter in der CS-Storie ist jetzt zu Beginn. Das ist Counter-Strike 2. Der erste Stufe, 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 der erste Stufe. Als ich mich cubed spiele, habe es sehr schwer. Kenn ich alle schon. Abwaiable now! Abwaiable now! Free to play! Wir sind da! Es ist abdeckt, es ist abdeckt! Abdeckt, es ist abdeckt! Nix, nix, nix. Play. Es lädt so rein bei mir. Wie groß, wie groß? 27 Gigabyte! 27 Gigabyte! 5 Minuten, ihr Scheißidioten! 2 Minuten dauert die Scheiße, ihr Scheißidioten! 1 Minute noch, 1 Minute verbleiben. Ich hab sie! 2 Minuten, Valorant Download. 1 Minute remaining für 6 Gigabyte, cool! Wo ist der nächste Tweet? Ich hab noch 2 Minuten, Valorant Download. Mann, den Clip hab ich nicht. Nein, ich hab noch kein Download bei mir! Mach das Spiel aus! Mach das Spiel aus! Du musst aus dem Spiel hinaus! Ich mach schon mal aus dem Spiel hinaus! Einmal ausloggen. Mach fertig, 4 Sekunden. Ich bin's, ich bin der erste im Spiel, der erste aller Zeiten. Null remaining, null. So, was ist neu? Ich bin dran. Verifying, verifying, 70%. Ich verifiye. Wie verifiye, veri, 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 veri. Es startet! Startet! Ich muss Fenstens machen. Leute haben Fehlermeldung. Deiner würde Tom schreiben. Hat jemand Tom geschrieben? Der sollt's verpissen. Er kann nicht machen. Bei mir startet's, bei mir startet alles. Ich schwitze so doller, ne? Wollt's dir mal kurz erwähnen. Es startet, es startet, es startet! Bitte ist es nicht 1 zu 1 gleich wie vorher. Connections. Und es ist einfach 1 zu 1. Aber es gibt oben ne... Ich lade. Oh ja, es gibt ein Watchbutton. Es gibt ein Watchbutton. Ich hab Wheel of Death. Nice. 61. Inventory is down. Alles is down. Es geht noch nix. Alles geil, ich hab wieder blurry. Match, match, match. Jetzt, ich bin drin. Ich bin unranked, ich bin unranked. Es geht rein, wir gehen rein. Ich mach Lobby. Skins sieht ganz anders aus. Inventar. Guck mal ins Inventar. Ich kann doch nicht gucken. Die Vorschaubilder sind neu. Oh stimmt, stimmt. Boah, das sieht clean aus. Bitte, bitte, meine Emerald, bitte, wo ist es? Das sieht auch mal so scheiße aus. Sieht immer noch scheiße aus. Sieht immer aus wie Hundepinken. So, das sieht mein Phase 2 bestimmt auch geil aus. Schau in den Store. Store, Store, Store? Oben, Store. Weekly Care Package. Oh mein Gott, es gibt den Store in-game. Ah, da siehst du deine Drops. Es gibt doch die Stickerkapsel, Gott sei Dank von Paris, ey. Oh mein Gott, da geh ich jetzt rein. Paris-Kapsel. Ich mache jetzt, for the sake of testing, eine Kiste auf. Nein. 80%. Es gibt mit Sicherheit ne neue Animation. Das müssen wir uns angucken. Ja, für die Wissenschaft. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 2.20. Mach nochmal darauf aufmerksam, dass diese Kiste ein Twitch-Prime-Sub ist. Das ist noch immer das gleiche, das hat sich nicht verändert. Das ist immer noch Arsch, oh mein Gott. Das ist so Revolver, das ist das Revolver. Jaaaa. Boah, Lila aber, ui. Mach nen Trade-Up danach. Jetzt nen Fire-7-Trade-Up. Ja, jetzt Trade-Up. Was haben wir noch? Graphic-Art? Wo ist denn your Paris? Könnt ihr mal bitte jetzt hier kommen? Ah, aber du hast hier... Ich starte, ich starte das verdammte Spiel. Hä? Oh, ein New Item. Musik-Kit. Ah! Oh, Global Offensive Badge. Global Offensive Badge. Alter, Lila ist einfach gekommen. Hier, 2012 bis 2023, ne fette neue Coin. Und Musik-Kit hab ich for free einfach. Das war geil. Oh mein Gott, danke. Die will load out. Die load ich mir so rein. Display, es gibt hier coole neue Reiter, Trade-Up. 20 Sekunden, ich bin da, komm. Ready, ich bin da, ich bin in-game. Blatt 1. 86 Prozent. Yay. 95, komm, komm, komm. Gib's game. Man kann endlich wieder das 2 spielen. Ja. Oh, du hast your past matches. Echt, ist das 2 drin? Ja, ja. Mach mal Play. Unsere past matches sind drin auch direkt schon. Was gibt's noch? Oh mein Gott, ich will nicht noch. 99, 99. Komm mal Ranking an. Installiert 100. 94. Startes, 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 Alarm. Wir machen intern. Es sucht saved grad keiner. Ne. Es ist eh gleich alles drin. Das 2 ist drin. Das 2 ist drin. Wir haben jede Map unranked, Armin. Es ist so gut. Es ist so gut. Es ist so gut. Ja, ja, ja. Wir haben Premiere, wir haben Competitive. Ich bin drin. Alarm. Die 2 zu Global. Wir können so... Lass direkt das 2. Das 2 Road to Global. Das 2 Road to Global? 2 noch ran. Ja, ja, ja. Jay ist da und Cam ist da. Schade, Franzi. Franzi ist raus. Alle sind drin. Ich lade alle ein. Ich lade alle Leute ein. Das ist das Item. Es ist schön. Ich muss eh nochmal gehen. Ich lade schon runter. Ich bin gleich wieder da. Ich hab ein schwarzes Bild. Ich auch. Game ist tot. Bei mir nicht. Bei mir geht alles. Unable to... Nein. Das Spiel ist tot. Die haben jetzt schon Server-Probleme. Also, ich muss ja sagen, dieses Schild sieht zwar ganz cool in der Hand aus. Aber irgendwie funktioniert die Physics nicht. Das ist halt die Knife-Animation. Das ist die Knife-Animation. Ja, aber es ist noch alles da an sich. Ich seh kein Problem darin. Aber ey, als ob es schon immer C4-Explosion ist. Das muss man doch damit mit zum Trick machen oder nicht? Ja, das muss man mit zum Trick machen. Aber jetzt ist es ja einfach so drin. Ja, vielleicht geht es dann auch irgendwann einfach so. Ich denke, es kommen bald Skins. Aber die Firestorm sieht nicht mehr so washed aus, oder? Die Asimov washed aus? Ja, immer noch. Asimov ist immer noch washed aus. Aber die Foreschopel da sind sick. Also, hier wie die Firestorm aussieht, ist geil. Die haben ein bisschen mehr Tiefenschärfe oder so, ne? Guck mal, die Dual-Ware das inabriert aus. Oh, nein! Was ist passiert? Nein, meine P250-Wideout ist nicht mehr so clean-weiß. Scheiße! Ich bin jetzt mal auf dem Game jetzt überhaupt irgendwas anderes. Die müssen noch update, kann das sein? Keine Arme-Face. Keine Dingswurfs-Games. Ist irgendwie ein bisschen Baer-Bown, das ganze, finde ich, ne? Ja, ich glaube, die wollen jetzt wahrscheinlich auch erstmal mal gucken. Ich denke, da kommt die nächsten Tage, was vielleicht wollten sie jetzt, wahrscheinlich, weil jetzt der neue Shit schon Probleme machen könnte. Aber das Schöne ist, ich weiß schon mal wenigstens, dass das Update-Video, was ich morgen machen werde, nicht so aufwendig sein wird. Ja, das stimmt. Ich hatte Angst, dass das so viel ist, dass ich morgen ganz vieles Video brauche. Vielleicht gucken wir gleich ingehm, und das ist ein neues Game halt. Vielen Dank für den Krankensupport, wir haben heute irgendwie 500 Subs gemacht. Also ich dachte schon, wenn heute CS verliest, ist das ein paar mehr zu gucken, aber es werden 9000, hallo, 9000 Viewer hätten. Woher? Wo kommen die alle her, die Leute? So, was queuen wir? Ja, das 2, oder? Das 2! Wir sind jetzt auch voll los. 3, 2, 1, play. Wahrscheinlich geht es jetzt noch nicht viel, ey. Wir haben Match. Match. Hier nicht, hier nicht. Schade. Ich glaube, ich mache jetzt noch einen Kaffee, ey. Darf ich auch einen haben mit Eis? Eis-Coffee? Yes. Moin. Moin. Hallo, ey. Annehmen, Annehmen. Wir bleiben alle hier. Wir haben immer noch kein Game. Wir bleiben alle hier. Ah, denkt da, Franzis, Nachtruhe, ne? Was? Nachtruhe. Dann dacke einfach, Eis, um dann geschenkst. Ja, sag das! Ich nehme mal nebenbei auf, weil das ist das erste offizielle CS2-Matchmaking nach Release. Ich gp, wie immer. Let's fucking go. Boah, das 2 habe ich so genossen. Das sieht so clean aus, Alter. Oh mein Gott, finally again. Hier habe ich clean die meisten Stunden. Mit da oben? Baut einer lang down. Schön. Noch einer down. ichten Leute. Let's fucking go. Ja. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal.